An Frankfurter Schulen wurden in den vergangenen Monaten mehrfach Parolen entdeckt, die den Sinn des Hakenkreuzes kräftig untermauern. Unsere Stunde wird kommen, war da zum Beispiel zu lesen eine deutliche Sprache, die nicht nur das Werk von irgendwelchen Schmierfinken sein kann. Einige Ereignisse machen das deutlich. So wurden in der Hohlbeinschule schon vor Monaten Flugblätter der faschistischen Aktionsfront nationaler Sozialisten verteilt, von einem Schüler, der Konzentrationslager für Demokraten forderte und Ausländer als dumme Untermenschen bezeichnet hatte. Der 16-jährige Schüler wurde inzwischen vom Unterricht ausgeschlossen. Viele Eltern befürchten jedoch, dass das Kultusministerium diesen Ausschluss wieder rückgängig machen könnte. Der 16-Jährige ist jedoch kein Einzelfall. Die schaurige Lust am Herrenmenschentum ist unter Schülern offenbar weiter verbreitet, als sich manche Eltern träumen lassen. Dass dagegen etwas getan werden muss, galt lange Zeit als unnötige Dramatisierung. Dass nun dringend gehandelt werden muss, und zwar am besten sofort, ist seit einiger Zeit die Meinung von vielen, die Angst haben vor den Folgen der Herrenmenschenparolen. Was an vielen Frankfurter Schulen seit längerem geschieht, aber bisher vor der Öffentlichkeit immer schamhaft verschwiegen wurde, ist jetzt an der Holbeinschule einmal energisch angepackt worden. Die Aktivitäten nämlich von Neonazis und besonders ihre stillschweigende Duldung durch Mitschüler, Lehrer und Öffentlichkeit. Das ging nicht alles mit den Nazischmierereien, die Anfang Februar an unserer Turnhallenwand standen. Da waren Hakenkreuze und da stand Großes drauf, unsere Zeit wird kommen. Und das gab uns den Anlass, irgendwas dagegen zu unternehmen. Wir haben zuerst gewartet, bis irgendwie Maler gekommen wären, aber die kamen nicht. Dann haben Schüler von unserer Klasse gefragt, ob sie das irgendwie überpinseln durften. Und das durften sie auch nicht, weil die Farbe durfte, konnte sich nicht vertragen oder so. Und daraufhin haben wir nochmal gewartet, bis Maler kamen. Als nichts geschehen ist, haben wir uns entschlossen, selbst zu handeln und haben Plakate gemacht und die halt da drüber geklebt.